Das interkulturelle Lernen setzt sich als Ziel, das Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt zu schärfen. Interkulturelle Kompetenzen sollen durch interkulturelles Lernen gefördert werden, indem kulturelle Differenzen sichtbar gemacht werden. Dennoch werden sowohl fremde Kulturen als auch die eigene Kultur anerkannt. Dies soll Stereotypen entgegenwirken. Interkulturelles Lernen findet hauptsächlich in schulischen Institutionen statt. Allerdings werden Kompetenzschulungen heutzutage zunehmend auch in den Bereichen Wirtschaft und Politik angeboten.